Oh, der Mond geht unter, es wird gerade wieder Tag. Das ist schön, wir haben ja letztes Mal bei Nacht aufgehört. Jetzt habe ich wieder da. Lange ist es her, zumindest für mich, jetzt seit dem Starten der Aufnahmesession. Man sieht unten, eine neue Aufnahmesession ist gestartet und zuerst natürlich einmal Schönes Bierchen aufmachen. Nein, Spaß. Ein bisschen zuhalten wegen Werbung. Energiehaltiges Erfrischungsgetränk. Dazu passt natürlich hervorragend Kakao. Und selbstverständlich aus dem Kühlschrank. Ganz leise. So. Gönnt euch, ne? Darum ging es aber gar nicht. Es ging eigentlich darum, dass wir hier so ein bisschen weiter machen wollen. Erstmal wollen wir hier wieder runter bauen. Ist das leise oder kommt mir das nur so vor? Moment. Oh, hier mal ein bisschen lauter. Hier mal ein bisschen lauter. Aber bauen ist geringfügig leiser als das Commentary. Also alles richtig. Dieses Kappel hier. Bei der Gelegenheit, eventuell kleiner Tipp, vielleicht für ein kabelloses Headset. Auch hier mit den dicken Ohrpuscheln dran. Und mit offener Architektur. Dass man da sich auch so ein bisschen selber noch hören kann. Sonst ist halt Sprechen ziemlich doof, wenn man sich da nicht selber hört. Wenn irgendjemand eine Idee hat, kabellos, gute Qualität, Dicke-Ohrpuschel dabei. Gerne mal kurz Bescheid sagen. Würde mich freuen. Vielen Dank. Und da ist die Schaufel auch hin. Vielen Dank. So. Was haben wir denn eigentlich hier gemacht letztes Mal? Wir haben hier so ein bisschen Felder gebaut. Und haben wir noch irgendwas? Haben wir eigentlich irgendwas Sinnvolles gemacht? Ne. Wir haben nur Felder gebaut. War sicherlich eine total spannende Zeit. Beim Bauen der Felder zuzugucken. Gut. Wie man sieht, hier wächst auch schon wieder Unkraut in den Feldern. Das ist ja super, dass die so gut genutzt werden. Plan für heute ist mal wie immer kein Plan. Was man natürlich machen könnte, man könnte hier hinten den See fertig bauen. Oder den Wasserfall. Oder den Hafen. Oder den Wanderweg. Wo übrigens immer noch keine Brücke... Ah, verdammt. Ich habe einen Fehler gemacht. Wie man sehen kann, dieses hier. Ui, 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 ui. Das werden wir aber kurz mal beheben. Kleinen Augenblick, bitte. So, und wieder da. Welt baut sich noch auf. Aber dieser ganze Müll, der ist jetzt wieder aus. Und alles ist wieder gut. So, ähm, ja. Also, wie gesagt, Brücke müsste theoretisch irgendwann mal fertig gebaut werden. Aber nööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist auch schon hier hinten da, den komischen, können wir eigentlich mal austauschen gegen was anderes. Da war noch dieser komische Compress-Koppel oder was auch immer Stein. Genau, so. Hier wieder zu. So. Weil noch fließt es halt irgendwie scheiße, da können wir ja mal eben gucken hier. Ah, also da ist... Da. 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 So. Da. Sieht zum Glück gar nicht scheiße aus. Aber gut. Kann ja mal... Nö. Nö, nö, nö. Höhen-Tour? Weiß ich nicht. Wäre eine Idee, ne? Oder hier mal einen Weg weiterbauen oder... Wir wollten ja hier irgendwie einmal rum ums Haus, ne? Mit dem Weg. Ja, hier ist halt irgendwie... Gut, da unten ist Kobbel. Wenn wir den hier reintun, kriegen wir einen neuen zurück, ne? Genau, so. Entschuldige, ich bin so ein bisschen halsmäßig und so. 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 Ich hab unten zwar den Timer laufen. Ich hab's. Weiß aber... Och, dieser... Es ist einfach zu schnell. Ich weiß aber noch nicht, ob wir... Ähm... Wäre natürlich vielleicht drei breit oder so. Weil hier ist halt doch sehr, sehr eng. Und wenn man dann hier durchgeht, ist halt sehr schmerzhaft, wenn man sich hier schnell in den Kopf stößt. Andererseits müssen wir hier eh runter. Ich würde sagen, wir hauen das da unten einfach mal weg. Und dann kommen wir nämlich schön einmal unten... Machen wir hier die... Dings, eins tiefer. Und dann gehen wir hier nämlich schon runter. Gehen wir hier schon runter. Hier gehen wir schon runter, oder? Ja, ja, ja. Hier gehen wir... Ach ja, hier gehen wir ja kurz und quer. Ähm... Ja. Aber hier runter ist halt sehr... Sehr... Äh... Hm. Mäh. 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 Hier muss man irgendwie runterkommen. Hier kann man einfach mal hier runterkommen. Hier runter. Da runter, da runter, da runter. So. Ist mal das hier weg. So. Dann kommt das hier weg. Ähm. Dann kommt das hier weg. Dann machen wir nämlich hier... Ähm. Moment, ich muss mal kurz in den Keller. Wir haben, glaube ich, unten noch Kies. Ja. Beziehungsweise, glaube ich, haben wir montiert noch. Ja. So. Ups. Nee, das kommt auch wieder mit. Ähm. Beziehungsweise, das heißt Kies Cobblestone. Und den machen wir gleich zu Kies. Nämlich hier mit. So. Dann kommt man da runter. Und dann kann man... Ähm. Gut. Äh, Moment. Wir geben noch mal eben rein. Und schauen mal eben, ob wir... Ja. Bei den Möbeln haben wir sie auch noch drin. Ähm. Bezüglich, apropos hier, Dings hier, Mod und Möbel und so gedöhnt. Und so wird sich dann auch bald mal ändern. Bin dann gerade dabei, das so ein bisschen neu zu bauen alles. Und, äh. Da wird zukünftig, äh, das Ganze ein bisschen vereinfachter werden. Und, äh, nicht mehr so nervig sein, wenn man da dann irgendwie, ja, sein Kram baut. Ja. Beziehungsweise, ähm. Ja, lasst euch überraschen. Äh, es tut sich was. Wie habe ich das denn hier ehrlich gemacht? Da bin ich hier so über die Minimum und die Minimum. Oh, Mensch, Mensch, Mensch. Ob ich das mal alles noch hin kriege, ja. Ja, dann muss hier leider so ein bisschen die Natur mal weichen. Damit wir hier einen natürlichen Weg anpflanzen können. So. So. Ja, das muss auch. So. Ja, ja. Es sieht halbwegs glaubwürdig aus. Plot Twist nicht. Ähm. So. Naja. Wie auch immer. So. Dann kommt hier nämlich so einer hin. Da unten kommt dann nämlich so ein Dings hin. Äh. Möhm. Die kommt mal aus Treppen. Ach, ne. Die kommt man auch so irgendwie bauen, ne? So. Genau. Äh, hallo. Hier unten rein. So. Da hin. Äh. Da ja auch hin, ne? Gut. Dann kommt hier das wieder weg. Da kommt dann nämlich die normale Steinwand hin. Und dann kann man nämlich hier unten... Ich überlege gerade, wie es am sinnvollsten wäre. Aber erst mal muss hier auf jeden Fall der Stein weg. So. Könnte ja eigentlich fast schon so bleiben, ne? Wenn man hier dann wieder gerade wird. Da geht es ja eh weiter, weil hier dann der Weg normal ist. Und hier ist es dann um die Kante rum. Da sind es drei, zwei... Geh mal weg. Ja. Zwei, zwei, zwei. Ja, genau. Dann. Hier. Dann hierzu. Wir gucken mal, wie das aussieht. Erstmal machen wir hier Kies draus. Hier machen wir auch Kies draus. Kies. Joa, geht doch, oder? Kies, Kies, Kies. Hm. Joa, gut. So, Kies hier. Kies da. Oh, hier kommt... Ja. Ähm. Unten kommt Kobbel. Da kommt Kobbel rein. Auf jeden Fall. Na, und dann kommt... Da kommt Dings rein. Haben wir dann auch noch so ein Stückchen Holz, das man da reinstecken könnte. Bergbaum, Ese, Gedönse, blablabla. Holzzeug. Ne. 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 Hier. Wegen einem einzigen Stück Holz muss ich jetzt irgendwie nach hinten laufen und Holz holen. Das ist ja super. Und es wird auch noch Nacht. Das heißt, man sieht auch noch so viel vom Holz holen. Und habe ich dann überhaupt... Und ich habe noch nicht meine Axt dabei. Beste Voraussetzung. Das wollte ich haben. So, äh... So, wieder aus. Jetzt kommt nämlich der eine schöne Stamm. Oh, das war ein schöner Stamm. So. Äh, dann kommt hier Dings hier rein. Da habe ich doch bestimmt mal welche von da. Habe ich die auch hier bei den Möbeln? Hier habe ich verstein Zeug oder was. Ne, hier habe ich sie rein getan. Wenn ich sie hätte, hätte ich sie da bestimmt rein getan. Wie viele brauchen wir denn? Ich nehme erst mal mit und mache mal welche. So, also... Ähm... Vier und vier. Jetzt passen sie so zumindest. Aber warum ist auch egal, wie man sie... Guck mal, denn hier ein Schraubendreher irgendwo. Äh, aber... Hä, näh? Werkzeug. Hier mal ein Schraubendreher. Den werde ich jetzt bestimmt einfach einmal komplett aufbrauchen. Einfach nur, weil ich mit dem Ding nicht umgehen kann. Schauen wir mal, ob ich es hinkriege. So hingestellt sind sie zumindest schon mal. Okay. Jetzt kann man sie... Nein. Ah. Gut. Das ging jetzt schneller als befürchtet. Sehr schön. So, dann kann das Ding nämlich wieder zurück in eine Kiste. Dann haben wir... Das kommt doch eigentlich auch bei Mese rein, oder? Das kommt hier mit dazu. So. Gut, wir haben noch ein paar... Ich mache erstmal keine. Wir wollen ja hier fertig werden. So. Dann machen wir hier nämlich einfach mal weiter. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Irgendwie... Irgendwie so geht das dann da weiter. Dann haben wir hier zumindest schon mal den Weg. So. Äh... Cobblestone hier. Cobbl... Ja. Cobblestone hier. So. Cobblestone hier. Äh... Och. Joa. Joa. Kann man so... Äh... Zwei, drei, zwei. Ne, passt. Sieht so eng aus. Das ist voll schießend. So, also. Ja, dann geht es hier wegen Felder weiter runter. Beziehungsweise da geht es dann hier irgendwie runter zum... Also hier irgendwie dann runter zur Hülle. Haben wir das nämlich zumindest schon mal da. Dann haben wir... Upsa, upsa. Ja, auf den Feldern wächst Unkraut. Da hinten laufen die Viecher rum. Ähm... Da passt das. Da passt das. So, dann... Wir wissen immer noch nicht, was wir heute machen, ne? Ich räume erstmal den ganzen Müll wieder in die Kiste. Ja. Cobblestone zurück. Warum ist das hier eigentlich so durcheinander? Das kommt wieder zurück in die Möbelkiste. Das kommt hier hinten zu Steinzeug. Ähm... Die könnten eigentlich in Müll, ne? Naja. Äh... Erde... Äh... Erde hier. Erde hier. So, Erde da. Auch ordentlich, so. Äh... Hier hätten wir übrigens noch Kies gehabt. Sehr schön. Das kommt hier mit zu. Das kommt da mit rein. Das kommt da mit rein. Krass, haben wir eigentlich auch inzwischen genug, ne? So, Leder kommt hier mit rein. Ähm... Ne, noch voll ausgerüstet. Das hätte ich gedacht, ich mache mir mal eine Ledermütze. Äh... Eine Ledermütze. Ähm... Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Äh... In die Minimiste. Ich glaube, wir trinken mal ein Schlückchen Kakao. Äh... Hat man nicht gesehen, ne? Gut. Holz, Gedönse brauchen wir auch nicht mehr. Äh... Holzzeug hier. Zäune haben wir auch erstmal. Zaun-Toro haben wir auch erstmal. Ähm... Tun wir hier mal daneben, so. Äh... Das muss gebrannt werden. Beziehungsweise gekocht werden. Das kommt eigentlich auch erstmal wieder. Okay. Was auch immer. Äh... Mese? Nein. Ich wollte... Äh... Wäre ich ganz irritiert. Ich wollte den Hammerling tun. Nicht so, dass der irgendwie wertvoll wäre oder kaputt gehen würde, aber er muss ja nicht im Inventar rumliegen. So, dann gehen wir kurz mal hoch. Schmeißen mal kurz ein Ding in den Ofen. So. So. Sohle, Ofen. Und die... Hacke. Die wollte ich auch wieder. Der Bergbau. Nein. Ackerbau. So. So. 81... 82, 83, 84, 85, 85, 86, 97, 98, 99, 96. So. 100. So. Zurück. Das müsste durch sein. Genau. Dann kommt das noch rein. Den verleiben wir uns mal kurz ein. Machen wir hier eigentlich noch irgendwie was Gares. Dann können wir noch ein Stückchen Brot dazu, ne? So. So ist fein. Gut. Äh... Da kommt Ofenkartoffel. Da kommt das. Da kommt... Oh, wir wollen ein bisschen Werkzeug machen hier. Kann man nämlich gleich doch nochmal ein bisschen in die Höhle gehen. Das ist natürlich, wenn ich so rausgucke. Aua, da hinten ist gerade so ein bisschen... Oh, da fängt irgendwann ein Gewitter an. Ähm... Blendet nicht mehr so ganz stark wie vorhin, ne? Äh... Was wollte ich? Ach, ich wollte Zeug holen, genau. Dann machen wir 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und... Muss reichen. So. Holz. So. Das ist eigentlich immer noch mehr. Die gehen nicht auf, wenn da die Fackeln dran ist. Ah, guck mal an. Ah, ja. Das wäre natürlich blöd, dann jetzt hier irgendwie... Kann natürlich den Boden irgendwie... Naja, gut. Irgendwann mal machen wir hier mal schön beleuchteten Boden rein. Aber erst mal machen wir... So. Zack. So. Zack. Schaufel braucht eh weh. Hm, Schwert ist auch okay. Äh... Wir nehmen trotzdem mal so ein bisschen Holz noch mit. Für den Fall, dass wir noch ein paar... Äh... Dann schauen wir mal, was hier unten noch so auf uns wartet, ne? So weit waren wir ja noch gar nicht runter. Die ganzen coolen Sachen, die kommen ja alle erst noch, hm? So. Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun. Hier runter oder hier runter? Können wir mal hier runter. Jo. Hallo, Tier, Viech, Ding. Genau, das habe ich auch gerade gedacht. So. Warum ist da überhaupt einer gespawnt? Ist ihm das da hell genug? Dunkel genug? Oh, hier, so. Hier so ein bisschen nachrücken. So. Jo. Muss passen. So. Spawnen überhaupt nach Helligkeit in mein Test? Ein mieser Monster gibt uns wieder Materials. Na? Das tut einem zumindest nicht so richtig was. Da fängt die Rüstung das alles ab. So. Habe ich jetzt irgendwas dafür? Hm. Toll. Egal. Du hast ein Stück Eisen bewacht. Das ist auch gut. So. Eisen, 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 Popeisen. Hier wäre Ende, ne? Gehen wir mal wieder hoch. Und dann kommen wir hier nämlich wieder. Uiuiui. Doch, ich glaube, hier unten ging es dann, da haben wir dann nicht weiter gemacht. Ne? Da haben wir dann irgendwo aufgehört einfach. Weil aus Gründen. Genau. Gut. Du kannst einem immerhin nichts tun, wenn du da unten bist. Das ist schön. Nervig ist es trotzdem. So, dele. Weg ist er. Und er gibt auch nichts. Okay. Ja, hier unten. Doch, hier unten waren wir. Aber hier hinten sind wir nicht weitergegangen. Hier können wir nochmal weitergehen. Aha. Oh. Oh. Kupfer. Lade ich doch richtig mit meinem Gedanken. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Wenn wir nachher den ganzen Technikkram dann irgendwann machen, ähm, da brauchen wir eh Tonnen von Kupfer. Also von daher, den wir jetzt schon mal haben, als später brauchen. So. Ops. Wie kommen wir denn da unten hin, ohne dass man sich wehtut? Das ist immer so schwierig. Ich würde sagen, wir gehen hier mal ganz gemächlich einfach an der Seite links. Zack. Das juckt. So. So, da unten sind wir aber schon mal längst gelaufen. Das heißt, da unten ist nicht mehr so super viel Neues. Aber hier oben ist es noch. Wir gehen trotzdem hier mal ein bisschen runter. Hier unten ist gleich sowieso Ende. Ich sehe das doch schon. Ja, siehste. So, dafür kann man hier ordentlich ein bisschen Zeug abernten, würde ich sagen. Bin ich eigentlich ein bisschen zu laut? Nein. Test. Eins, zwei, drei. Nee, alles gut. So. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle brauchen wir eigentlich gar nicht. Wir haben ja unsere Holzkohle. Aber für, na gut, auch für vier Fackeln jetzt vielleicht. Auf die Schnelle, wenn wir gleich welche brauchen. Dann können wir es ja trotzdem mal mitnehmen. Ein bisschen Kupfer noch einsammeln dazu. Klopf, klopf, klopf. Steine klopfen, Steine klopfen. So. Hier auch noch, hier auch noch. Und dann sind wir hier schon eine Ebene tiefer. Ja, wobei, guck mal, da ist eine Brücke. Hier, ähm, da ist eh nichts Spektakuläres mehr so. Aber hier haben wir dann aufgehört, ne? Dann würde ich sagen, machen wir hier noch einfach mal ein bisschen weiter. Oh, hi. Du bist ja was. Hallo, eine Spinne. Hab ich noch nicht gesehen. Die ist neu, ne? Sehr nice. So. So, so, so. Guck mal hier. Alles beleuchtet. Na gut, oben nicht. Aber das ist egal. Ja, wir sind hier irgendwie runtergegangen. Und dann hier hinten nicht weitergegangen. Gehen wir jetzt mal hier hinten weiter. Und schauen einfach mal. Irgendwie bin ich ein bisschen blöd ausgerüstet gerade. Die Schaufel, hier braucht doch sowieso keiner momentan. Oh, hier mal. Jo. So. Oha. Oha. Mhm. Hallo. Du machst ganz schön viel Schaden, wenn du mich triffst, ne? Irgendwie sowas war das doch. Danke fürs Gold. Noch einer? Nö. Hm. Nuhu, doch noch einer. Hallo, mein Freund. Du machst ein halbes Herz Schaden pro Treffer. Meine Güte. Du bist aber aggressiv. Was ist denn los mit dir? Junge. 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 Was ist denn jetzt? Ja, Grinsebacke. Komm, wo bist du? Grunst mir nicht ins Ohr. Komm auch her, wenn du was von mir willst. Du siehst aus wie so ein gebratener Schinken, oder? So. Noch irgendjemand. Oha. Oha. Was haben wir denn hier eigentlich? Das ist so eine Ebene. Guck mal, da geht's wieder runter. Da geht's auch. Hier ist wahrscheinlich Sackgasse. Genau. Oha. Oha. Hm. Wir machen mal ein bisschen Licht, dass hier nicht versehentlich irgendwas meint, plötzlich erscheinen zu müssen. So. Also, was haben wir denn hier? Was ist das? Brauchen wir auch. Blei ist immer gut. Ups, da ist die Hacke hin. So. Die nächste spitze Hacke wird angebrochen. Und wir ernten einfach wunderweite Materialien. Klopf, 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 klopf. Ein bisschen Gold. Warum auch immer man Gold bräuchte. Ähm, da. Da. Ne, dann haben wir nämlich hier und hier oben an der Decke das ganze Zeug. Das muss auch noch mit. So, so, so. Ui, 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 da kommt was runter. So. So, ich weiß, ich lasse überall was liegen, aber das ist nicht weiter tragisch. Ähm. Man muss ja nur nicht alles übertreiben hier. Man muss ja nicht auf den letzten Fitzel wirklich alles mitnehmen. Wenn dann Sachen da bleiben, ja komm, dann bleiben sie halt da. Die Welt ist groß genug. Wir sind hier alleine auf der Welt. Also von daher, alles gut. So, das sah dann doch spektakulärer aus, als es war. Schade, ist nur eine Sackgasse. Aber gut, hier hinten ist noch... Wir können mal hier kurz mal ein bisschen wieder auffüllen. So. Dann gehen auch die Herzchen wieder hoch. So. Bei der Gelegenheit, Moment, das seht ihr jetzt nicht. Habe ich eigentlich Dings? Ist nicht an... Ne, gut. So. Der Debug-Mode für meine Mods ist aus. Sonst wäre das Lock jetzt voll gespammt. Noch eine Spinne. Hi. Ich will Schaden. Oh, du machst aber auch gut Schaden. Auch ein halbes Herz, ne? Ja. So. Und Fäden gibst du alle. Noch eine irgendwie hier in ein Nest oder was? So. Dann gehen wir weiter hier. Klopp. Klopp. Wo seid ihr denn da hergekommen? Seid ihr von hier unten hochgeklettert, oder? Oha. 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 Geht das da tief runter? Da gucken wir gleich mal, wie wir da runterkommen, ne? Siehste? Feuerball-Junge. So eine Feuerball-Junge.